Die Geschichte hätte sich zur damaligen Zeit genau so überall im Land ereignen können. Aber es trug sich zu, dass unsere Geschichte genau hier stattfand und so genau den Zeitpunkt gegangen, als die Königin des Reiches entschied, ihre einzigen Tochter mit Beginn des Frühlings einen ehrbaren Mann zu suchen. Wie eine Laufbeuer verbreitete sich die freudige Nachricht über das baldige Fest, und vertrieb im Volke damit auch noch das letzte bisschen Kälte und Dunkelheit, das den Menschen nach den vergangenen Wintermoniten noch anhaftete. Dass die Königin zu einem Turnierruf, auf dessen Siege die Hanne-Prinzessin Kleras wartete, weckte allerdings nicht nur das Interesse der Edelmütigen, die schon bald in Schadens und fröhlichen Hochbilder sind, sondern auch das eines etwas ungemütlicheren Zeitgenossen-Dorps, der schon lange ein Auge auf die Prinzessin und den Troll geworfen hatte. Zur gleichen Zeit, aber an einem anderen Ort, verschwendete unsere Königstochter jedoch noch keinerlei Gedanken und vorstehende Halbnisse. Oh, jetzt kommt! KLECK Achen KLECK Achen Applaus Ich könnte jetzt direkt zum Ende unserer Geschichte übergehen, den weiteren Ereignissen vorweggreifen, doch damit wäre dem Ganzen bei Weitem nicht genügend getan. Außerdem, manche Geschichten, so sagt man, wären lebendig, wenn man sie nur erzeugt. Frau von Kurs, herzlich willkommen! Ich bin der Herr Reiter für jeden das Turnier. Wollt ihr ein Turnier? Ja! Wollt ihr ein Turnier? Ja! Wollt ihr zusammen? Denn bei diesem Turnier gibt es ja mehr als nur den Sieg. Denn der Gewinner dieses Turniers wird zukünftiger König und Ehemann von Prinzessin Klang. Doch bevor wir beginnen, weise ich euch mal wenig in die Geflogenheiten des Mittelalters ein. Wenn ein Winter rotig und tappert hält, belohnt ihn mit einem Handgeklapper in eurer Sprache Applaus. Lasst hören, euren Applaus! Und das ist ein Gewinnerer, da wird die Jubel! Dort aufgepasst! Ist ein Feige, kämpft und her! Hübeln euch an! Und er rennt danach ab! Müsst ihr sofort bestraften! Und ein laut Buh! Und ich glaube, das könnt ihr doch viel besser! Alle gemeinsam ein lautes! Ja! Ja! Nun seid ihr bereit für das Turnier! Vollverkehr! Wir begrüßen als allererstes Königin Joray! Königin Isabella! Und jetzt könnt ihr zeigen, wie laut ihr Jubel kann, Klas Lizarro! Heute können Sie Joray, herzlich willkommen zum Turnier! Schön, euch zu sehen! Seid gegrüßt, Anna Marzius! Seid gegrüßt, Volk von Tur! Ist alles vorbereitet? Das Volk ist anwesend! Wir können starten! Dann beginnen wir jetzt sofort mit dem Turnier! Viel Spaß! Applaus und Jubel! Herzlich willkommen! Dort beginnt es das große Turnier! Und zwar mit euch! Füße seid ihr! Begrüßt euren ersten Ritter! So laut ihr könnt! Es ist Konrad von Turburg! Und jetzt zeigt, was ihr könnt! Ihr seid die Riker, Alter! Lasst mich so! Gute Seite! 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 Ganzen weh heute zum Reisal! Juuuuhhhh! Gute Seite! Gute Seite! Nö然后 lite nightmares! Hahoos! Haken, r介ben und hauen! 今天 bis zum Hoowany detect! Heut! Hier hat er sein erstes Turnier! Jetzt schauen, wie es so schlägt! Hammer! Schön, dass ihr da seid! Herzlich willkommen! Euer Freund, euer Jubel, euer Applaus, wir kommen an! Der nächste Streiter, mal schauen, ob ihr auch so laut jubeln könnt. Gute Seite, begrüßt dich! Es ist euer Freund von Mannberg, Jubel! Ja, ich will euch noch auf keinen Fallen, euer Applaus. Euer Applaus! Ja, gerüst! Sehr dumm böse seid ihr wieder zu euch? Jetzt kommt ein ganz Böser! Seid ihr noch böse genug? Ich kann euch nicht hören. Seid ihr böse. Dann begrüßt ihr den Bösen. Siegfried von Breitenstein. Für die böse Seite. Für euch. Gute Seite. Putin aus. Ihr seid zu leise. Siegfried von Breitenstein. Sein liebster Schobbe ist es, die Häuser und Hüftelswaldes wieder zu drehen und alles zu geben, bis sie nichts mehr bleibt. Siegfried trotz allem. Schön, dass ihr da seid. Für Siegfried. Doch nun, ihr seid ihr euer Fakurie. Und wer weiß, vielleicht unser neuer König begrüßt ihn, so laut ihr könnt. Breitenstein-Georg-Potschturm wieder. Gute Seite. Und wer weiß, dass ihr ein Königswürdig ist. Hier? Schön, euch zu gehen. Herzlich willkommen. Eure Feuer. Eure Übel. Eure Feuert. Aber wo ihr seid? Auch ihr habt ein Favorit, der von sich behauptet, er, er alleine, der der wahre König dieses Landes. Begrüßt den Hagen von Dresd für die böse Seite. Die Tonne sind auf, da kommt er. chitere Seid ihr, guck ihn aus! Hier seid ihr, seid ihr? Was werden Sie sehen, am Ende des Todes? Machen! 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 Genau, genau! Herzlich Willkommen! Schön, dass Ihr da seid! Applaus für Hagen! Jetzt ist 2 gegen 2! Nun, Dritter von Turm, sind wir vollzählig! Anfazius, Eure Rohrheit? Habt Ihr nicht noch etwas vergessen? Eure Rohrheit, glaubt mir, es ist viel zu gefährlich für Sie! Aber nein! Es ist Ihr eigener Wunsch, Ihr eigener Wille! Sie hat so entschieden und so soll es auch sein! Dann soll es so sein! Mal von Turm, eine kleine Überraschung! Prinzessin Klara möchte an diesem Turnier teilnehmen! Und aus diesem Grund werden wir jetzt alle begrüßen, so laut er könnt! Applaus und Jubel! Herr Prinzessin! Jubel dir zu! Juhle! 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 Meine Tochter, ich bin sehr stolz auf dich! Gib mal auf dich ab! Zeig es dir nun, Herr! Ja! Juhle! Das ist sehr gut! Ich schicke es selbst in die Hand! Applaus und Jubel! Wir sind in der Pantone! Sind da Pantone? Okay! ... sind wir vollständig. Halten euch an der Regularien des Turniers. Chiff kann doch, aber fährt. Der beste willkende Gewinn. Reitet an eine Hotelservice folgendes und nehmt eure Fettzahl. Und ihr dürft eure Fett dazu, Jube. Es ist vielleicht das letzte Mal. Lasst die Sauber, sie treibt die Fettbewerke. Jube! Jube, 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 Jube! Jube, 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 Jube. Jube, 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 Jube. Jube, 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 Jube. Jube, 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 Jube. Jube, 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 Jube. Ja, boh! Er hat sie geschafft, oder? Okay, jetzt ist es klar. Für die Dachshund, Julian! 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 Was? Ihr solltet mir an das Turnierbeck! Applaus Julian! 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 Wuh! Wie begeistert wir uns! Das war die Seine hier,MBie der Ressensorte. Wir haben den Teile. Ja, du kommst! Ja, du kommst! 100 Andem! 100 Andem, 100 Ande! Aaaaaaaaah! Ja! Ja? Das war gut! Die führten sich nicht mehr. 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 Ach, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Entschuldigung, das war nicht mein Video. Ich bin nicht mehr. Gut aufgewacht, auf der Bahn. Wir haben zwei Schweineflachen platziert. Die Ritter müssen versuchen den Polenverlangen mit einem Rentenspferd. Sie zur Explosion zu bringen. Schauen Sie es. Bekommen Sie in Co-Plaser. Einen Kopf. Einen Oculus. Ihr Brenner-Schock-Förmlich. Applaus für Ulrich. Gute Seite, Ulrich. Gute Seite. Gute Seite. Gute Rechte. Gute! Buhuu! Gute Mate. Ein ganz gast gemacht. Ist nicht so schlecht. Gehote! Jetzt kommen die Prinzessin! Oh! Oh! Geräusche! Komm mir, komm mir gleich, Jürgen! Kirch! Ja! 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 Ruhige? 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 Ja, wir kommen erst von der Karlstadt. Er hat es geflogen. Wir haben eine Frau Tochter bettet, jetzt die Kürzezykler. Herzlichen Glückwunsch! Ja, der ist der Beste. Wie sagen Sie doch, der Beste mit einem Mundwerk vielleicht. Das glaube ich auch, genau. Naja, bereitet in euer Lager und verreitet euch nicht. Vielleicht findet ihr ja noch mehr. So. Doch, wir zunächst präsentieren, der Roland. Gut aufgemacht. Ihr müsst versuchen, mit Volkerlauch, mit der Langlanze, dieses Wacken zu treffen. Mit voller Wucht. Und das sind bei euch gut mitzusehen. Denn für jede Drehung bekommt ihr hinterher einen Poker, einen Opelos. Und der erste Streiter, Ulrich, seid ihr bereit? Das ist der Loppe. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn. Zwei, acht, 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 acht. Ich sag nochmal zehn, ihr lacht. Zehn. Schafft ihr einen Elf? Der Sack muss nicht noch über die Stange. Elf, Ulrich. Elf, Pumpe. Zwei, vier, acht, 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 Putz! 4! 9! 11 Punkte! Applaus! Jaaa! Es ist okay! Wir möchten zwei von Böhm sehen, also zehn. Oh, ja! Werden alle an, meine Damen und Herren! Laufgarten, Petra Kumpa! Wir werden gleich klar! Eins, alle! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Sechs! Sieben! Sieben! Für eine Lady! Acht! Neun! Neun! Zeh! Zeh! Sie schafft die Zehn tatsächlich ein! Ich bin sehr stolz auf dich! Zehn! Trauen Sie euch überhaupt noch? Applaus für Siekle! Vier! Oh! Puh! Tag! Geht's, Böse Seite! Vorbei dir weiter zu. Oh! Oh! Wow! Tatsächlich! Zwei Punkte! Tatsächlich! Congratulations! Siegfähig! Zwei Punkte! Aber jetzt Kampion jetzt! Zeitsich! Ja, das gibt alles! Vier gegen Expo! Wow! Wow! Ja! 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 Zwei! Drei! Vier! 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 Ja! Ja! Schub sind vom Pferd! Wissen Sie, was lächerlich ist? Was denn? Wenn man angeblich der Beste ist, aber betrügen muss! Macht halt Spaß! Ja! Das ist nicht lächerlich, in seiner Schatten zu betrügen! Wir haben recht! Hage! Dafür können wir euch disqualifizieren, das wisst ihr! Ihr könnt in der Position betrügen! Es liegt nur an euch! Doch nicht! Er soll es erst mal besser machen! Und das vielleicht ohne Bedruck! Und Übrigens, zur Erinnerung! Das Schild ist nicht recht! Hage Lundlichau! Hage Lundlichau! Oh Vouep えー! Ah was! Ich glaube er hat irgendwas ver sollen! Naie! Dabat her! Zwei! Wo seid ihr? Naie! Schaut euch vorbei! J outta euch! Schmerz Miss Ehung! Ja.. Dann hat sie Jessie Ah! Sechss sehen und dann ist sie happy! W hospitality! Sieger! Berat wendet ihr! Ah! Wir fordern euch drei einen Kiosk hier raus und dann wollen wir sehen, wer von uns der Besse ist. Aber ihr zwei Sackpfeifen fordert uns drei einen Kiosk zum Kiosk. Ihr habt recht, verstanden. Da bist du dir ganz, ganz, ganz sicher. Ganz sicher. Denn wir drei werden euch zwei in den Boden sterben. Wir wissen ja, hoch und hoch und vor den Fall. So bist du euch in den Kiosk. Und gib mir meine Stütze. Applaus für Dirk, Dirk! Volk von Dirk, ihr habt es gehört. Prinz Georg von der Dirk, den Glanzberg, die gefährlichste aller Disziplinen. Die Ritter müssen versuchen, den Volk gelockt, die Gegner mit der langen Platze aus dem Sattel zu heben. Dirk hat er die Möglichkeit, bis zum bitteren Ende weiter zu kämpfen. Ritter von Dirk, wüsstet euch mit Helm, Schild und Glanzberg kommt zum Kiosk. Der Höhe kommt eines jeden Turniers von der Regiebe! Jungen Abschluss von Dirk, den Glanzberg, den Glanzberg, der Glanzberg, der Glanzberg, der Glanzberg, der Glanzberg. Allerich mit dir fange ich an. Der Glanzberg, den Glanzberg. Volk, den Glanzberg, der Glanzberg. Einen Applaus für Ulrich! Freunde, eure Damen und Herren! Im Platz am Ende der Stechbahn! Gute seien, ihr böse seien die Kräfte für euch! Feuer hat sie ab! Das war ein harter Treffer für Ulrich! Vielleicht kämpft ihr weiter? Nein, siegte Hagen für die böse Seite! Friedrich! Der Wickelgrenz gehört hier! Applaus an der! Heute wird es ein gutes Angriff! Geh! 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 Ja! 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 Ich bin froh oder ohne ohne richtig. Nein, oder 50 noch. Geht ihr weiter? Da hat mich! Ihr habt was? Aua! Ihr habt Aua? Nein, die kreide Aua! Ah, ich bin froh! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! bitte Hahnemann, einen Applaus if Sie. Okay, ja! Gere gäbe auf! Komereienie namen. Ja! 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 Ei,ia! Ich habe ihn değildet, warum seine butter. papa ist, Danny West. ien Oh mein, wir sind nicht am Ende. Er kommt zurück vorhin in die Hand. Das war ein Vollzimmer. Da liegt mir am Boden. Ich glaube, es kommt, dass ihr weiterkämpft. Nein, Sieg von der. Gute Seite. Ja! Okay, bist du an der Reihe. Jetzt wird der Fahnerschmerzen sind. Dann kommen wir jetzt zur Entscheidung. Georg, ich bin schon füge. Wir haben alles entschieden, Georg. Wir entscheiden über Sieg oder Niederlage. Gut oder böse. Haben wir noch mehr. Wer ist ein Sieg? Ja! 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 Georg! Hier steht wieder auf meinen Beinen. Applaus für Georg! Ja! Könnt ihr weitergehen? Genie! Wisst ihr, was das? Frage? Was? Ich hoffe, er hat es ja noch. Georg Kordewald zum Bursch. Ich steigende Abfahrung raus. Ich werde nicht abflecken, denn ich bin der Sieger. Boah! Boah! Joah! Ich bin der Sieger. Ja! Magel? Was? Ich dachte, ihr seid mir den Dinge vertraut. Gehe, wenn man das Recht auf meinen Boden macht. Deshalb bitte ich euch. Steige ab! Ja! Wir sind abwärts. Ja! Aufsteigen! 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 Richtig, richtig! Oh, er hat's wirklich nicht. Ah! So, ihr habt es eigentlich anders gemacht. Nein! Richtig! Oh! 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 Hagen! Hagen! Schau, schwer, schwer, schnappel! Alles gehört euch! Schwer! Los geht's! Fang mal! Feuer den Atem, gute Zeit! Hagen! Ich hab dir noch gesagt, wenn wir den Schleiter mitkommen zu dir, weiter Atem! Wir sind aber noch nicht so weit! Was holen wir denn? Hagen! Was kommt ihr los? Geh auf! 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 Hagen! Was? Wir fragen euch noch einmal! Geh auf! Eigentlich nicht! Ist ja gut, ist ja gut! Du bist der Sieger, du kannst nicht kurz das verhalten! Ich bleib singeln! Geh auf! Hagen! Geh auf! Gut, das hast du gerade! Geh auf! Geh auf! Ja, oi! Das ist super! Geh auf! Geh auf! Das war's. Und ich bin wieder da. Hier. Hier ist der Schügel. Ich bin wieder da. Hallo, Alma. Gerd, wer hat sich einen Glückwunsch? Euch natürlich auch. Ihr wart sehr gut. Ich komm wieder. Was? Ich komm wieder. Morgen? Morgen 14.30 Uhr. Ich komm wieder. Gern, warte, we can zu uns. Wir haben jetzt noch mal einen Applaus. Jungs ps. Jungs ps. Ja. Da kommt die Rundschke herren und herren, das ist ein Witzigreich, das ist ein Witzigreich. Das ist ein Witzigreich.